Ja, wir haben es geschafft. Wir sind nach einem heftigen Ritt heute dann doch noch in Badenkopp angekommen. Und mittlerweile ist es eigentlich ganz komod hier. Gucken, was morgen der Wind sagt. Und dann schauen wir mal weiter, ob wir dann doch noch unserem Ziel Kopenhagen mal näher kommen. Noch mal ein paar Eindrücke hier. Wir sind tatsächlich hier. Bis zum nächsten Mal.